Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem ersten Video mit dem Thema Konflikte erkennen. Das ist Martin. Martin ist 18 Jahre alt. Martin hat zu seinem 18. Geburtstag Geld von seiner Großmutter bekommen. Seine Mutter möchte, dass er das Geld für später spart. Martin hingegen träumt schon sehr lange davon, sich ein Motorrad zu kaufen. Nun hätte er endlich genug Geld dafür und möchte sich seinen Wunsch sofort erfüllen. Martin steht nun in einem Konflikt mit seiner Mutter. Sehen wir uns nun verschiedene Konfliktarten näher an, um herauszufinden, in welchem Konflikt Martin steckt. Ein Beziehungskonflikt liegt vor, wenn zwischenmenschliche Spannungen im täglichen Leben oder in der Zusammenarbeit vorliegen. Eine mögliche Konfliktsituation könnte sein, zwei WG-Kollegen haben unterschiedliche Ansichten über den Putzplan der WG. Einer der beiden möchte darüber sprechen, der andere ignoriert ihn und beschwert sich dann bei seinen Freunden über den nervigen WG-Kollegen. Zielkonflikte entstehen, wenn zwei Personen zwei Ziele verfolgen, die schwierig oder unvereinbar sind. In einem Team kann es zu Unstimmigkeiten über die Ziele und das erwartete Ergebnis kommen. Oft sind mangelnde Absprachen und Koordination die Ursache für einen Zielkonflikt. Zum Beispiel erwartet der Chef von seinem Assistenten, dass er alle Aufgaben schnell und spontan erledigt. Für den Assistenten bedeutet dies wiederum, dass andere Arbeiten unerledigt bleiben, was wiederum oft zu unbezahlten Überstunden führt. Man spricht von einem Bedürfniskonflikt, wenn sich jemand durch das Verhalten einer anderen Person gestört fühlt. Dadurch fühlt sich diese Person in der Erreichung ihrer eigenen Bedürfnisse gehindert. Ein mögliches Beispiel wäre, dass sich eine Person von der lauten Musik des Nachbarn beim Einschlafen gestört fühlt. Beim Wertekonflikt möchte eine Person, dass eine andere Person ihr Verhalten ändert. Dies hätte aber keinen direkten Einfluss auf die Person, die diese Verhaltensänderung fordert. Unser Martin steckt daher in einem Wertekonflikt mit seiner Mutter, da beide unterschiedliche Ansichten haben, was mit dem Geld passieren soll. Seine Mutter möchte Martins Pläne ändern. Sehen wir uns zum Abschluss noch einmal die vier Konfliktarten im Überblick an. Ein Beziehungskonflikt herrscht, wenn die Konfliktparteien streitbare zwischenmenschliche Spannungen bei der Arbeit oder im Zusammenleben erfahren. Ein Zielkonflikt herrscht, wenn zwei Personen zwei Ziele verfolgen, die kaum zu vereinbaren sind. Ein Bedürfniskonflikt herrscht, wenn ich mich durch oder im Verhalten einer anderen Person direkt gestört fühle oder jemand meine eigenen Bedürfnisse behindert. Ein Wertekonflikt herrscht, wenn eine Person möchte, dass eine andere Person ihr Verhalten ändert, dies aber keinen direkten Einfluss auf die Person, die diese Verhaltensänderung fordert, hätte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017